Musik Willkommen bei Böhrenswege Arsch zu einem Ausflug ins Partyfarbe hinter Leipzig, wo die Tage sonnig sind und die Nächte lang. Es gibt hunderte von Bars, Kneiden, Clubs, Cafés, Restaurants und Konzertbendus in der Stadt. Wir zeigen in dieser Ausgabe, was ihr in Blackwitz rund um die Kalleinstraße, den Kanal, der Spinnerei und anderen Orten erleben und wo ihr hingehen könnt, um satt zu werden von fancy Drinks, Events und tollen Konzerten. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.